Wir waren eh nicht so die Favoriten bei der ganzen Sache. Deutschland war nicht der Favorit bei der ganzen Sache. Und dass das jetzt wir für die Deutschen waren, das nach Sochi, ist unglaublich. Wenn ich es wüsste, hätten wir es schon mal gesagt. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es passiert ist. Das Ding ist blöd, aber wirklich. Aber es hat funktioniert, oder? Eigentlich dann nach der 9, also auf der Geraden sozusagen, vor der 12, dachte ich, boah, geil getroffen, das muss jetzt eigentlich gereicht haben. Aber am Ende erst dann unten im Ziel, da war dann die Zeit und dann die 1. Und das war eigentlich so der Moment, wo man sagt, okay, ja, wir haben Gold bei Olympia. Man denkt nicht, gegen wen man fährt, man denkt nur an sich. Man denkt daran, was man selber machen möchte. Und man guckt sich gar nichts an. Ich weiß bis jetzt keine Zeit, ist mir auch scheißegal. Ich werde mir das vielleicht irgendwann mal zu Genüge tun, aber bis jetzt, mir egal. Wir haben uns auf uns konzentriert.